Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lass uns mal reinschauen, was bei Schatzi so losi sein könnte, ob sich die Energien jetzt so ein bisschen verändern oder der Status quo von der gestrigen Legung so bleibt. Worüber darf ich heute reden? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Über welches Hauptthema darf ich hier heute reden? Okay. Unterm Kartendeck der Ritter der Stäbe. Dann fiel hier das Gericht, der Brunnen und die drei der Schwerter. Es ist so, dass hier jemand Veränderungen in deine Gefühlswelt bringen möchte oder bringen wird. Es könnte damit zusammenhängen mit einer Enttäuschung, die du erfahren hast. Es ist aber auch etwas, wovon du jetzt befreit werden darfst, sprich von einer Enttäuschung, die sich hier transformiert und verändert. Ich habe das Gefühl, es kommt eine Situation auf dich zu, wo man gerne Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wenn nicht sogar dich erobern möchte, wenn das sogar auch hier jemand ist, den du bereits schon kennst. Es kann aber auch möglich sein, durch einen neuen Kontakt wirst du jetzt befreit von einem Los, wo man dich einst wirklich enttäuscht hat. Und jetzt kommt aber die Situation, die dich dahin führt, dass du noch mal so ein bisschen angetriggert werden könntest, um in Heilung zu gehen. Ganz tief unten sitzt ein Megaschmerz in dir, diese Enttäuschung. Und die will jetzt noch mal angeschaut werden. Sprich, du könntest erst wütend gewesen sein, hier war irgendwie eine Trennung, ein Verlust, eine Enttäuschung. Aber jetzt kommt so eine Energie von, nein, 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 jetzt guckst du nicht mehr weiter drüber hinweg, jetzt schicke ich dich genau noch mal dorthin, um da noch mal nachzuspüren, in genau diese Enttäuschung. Und das, was man dir, ich sag jetzt mal, gefühlsmäßig angetan hat, soll dann sozusagen jetzt wirklich in Erlösung gehen, in Heilung gehen. Und es ist nicht auszuschließen, dass hier tatsächlich noch mal jemand zurückkommt, wie die Prognose von gestern, weil das hat was mit einer Eroberungssituation zu tun und gleichzeitig auch wieder die Karte von gestern, etwas Totgeglaubtes wieder zum Leben erwecken zu wollen. Das heißt, durch einen bestimmten Schmerz, durch eine Enttäuschung, musst du jetzt wirklich noch mal durchgehen und durchspüren, die das Ganze aber wirklich wieder in Heilung bringt. Also du gehst hier in Heilung mit einer bestimmten Thematik, damit etwas Neues jetzt hier entstehen kann. Aber es ist nicht auszuschließen, dass hier jemand dabei ist, dich jetzt demnächst noch mal erobern zu wollen, noch weiter daran arbeiten zu wollen. Das muss ich auch sagen. Jetzt will ich aber da drauf mal noch ein paar Kartitschkurs schmeißen. Ich nehme so wahr, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass du jetzt erst mal die Einstellung hattest, ich möchte jetzt keinen neuen Partner, ich möchte jetzt erst mal keine neue Partnerin haben oder ich verzichte gänzlich auf das Thema Beziehung, Partnerschaft, ich reiche mir vollkommen allein. Aber diese Einstellung soll sich hier ändern. Ein Schmerz soll in Heilung gehen. Jetzt habe ich hier einmal die Brennnessel und den Terminkalender. Es könnte sich um eine Thematik handeln, wo du wirklich eine aufgestaute Wut hattest auf jemanden, weil man vielleicht nie wirklich Zeit für dich hatte. Man hatte immer einen volleren Terminkalender als Angela Merkel. Und das könnte dich wütend gemacht haben. Und das könnte dich auch mega verletzt haben und enttäuscht haben, weil hier jemand wenig Zeit hatte. So kriege ich das auch rein. Ja, und auch hier wieder. Du weißt ganz genau, du warst hier reinen Herzens dabei. Du hast hier jemanden auch ohne Ego vielleicht sogar auch schon geliebt. Aber du fühlst dich hier, als hätte man dich einfach nur zur Ablenkung benutzt, als wärst du hier immer nur der Lückenbüßer gewesen, wenn man ja doch mal einen Termin im Kalender frei hatte. Und das hat dich wütend gemacht oder macht dich aktuell vielleicht auch einfach wütend, dass du, ja, weil du irgendwie auch unschuldig bist. Ich kriege hier so rein, dass man irgendwie Du hinterfragst den Zweck einer Handlung. Warum man irgendwie Du hinterfragst den Zweck einer Handlung. Warum hat man so wenig Zeit? Warum ist man nie wirklich da? Kann es sein, dass ich nur zur Ablenkung benutzt werde? Kann es sein, dass er oder sie mich gar nicht für ernst genommen hat? Und kann es sein, dass du dir wirklich, dass du wirklich weißt, du bist hier also wirklich rein unschuldig und dass dich das wütend macht. Du hast dich hier benutzt gefühlt, ausgenutzt, fühlst du dich wie der Lückenbüßer, nur wenn er oder sie mal Zeit hat. Und das ist hier eine Wut. Eine Wut, ein Schmerz auch. Und genau da darf in diese Thematik, das kommt jetzt auf dich zu, mein Engel, darf nochmal reingepiekst werden und reingeschaut werden. Also an sich ist es eine Thematik, wo man dir ja das Gefühl gegeben hat oder aktuell noch gibt, einen Scheiß muss ich, gehst mir am Arsch vorbei, ich habe so viel zu tun und ich melde mich, wenn ich Zeit habe. Und das ist eine Sache, da würdest du am liebsten dran vorbeigehen und einfach nur sagen, alles gut, Tschüssikowski und ich gehe weiter. Aber was in dir drin ist, ist eine mega Enttäuschung, wo du am liebsten drüber hinweg schauen würdest und mit ihm, mit ihr gar nichts mehr zu tun haben wollen würdest und gar nicht mehr reflektieren willst, was da überhaupt schief gelaufen ist. Und jetzt kommt aber hier jemand und erinnert dich nochmal genau an diese Situation. Und das könnte sogar dieser Typ sein, diese Kirsche, der oder die, die dir diese mangelhaften Gefühle gegeben hat. Wer soll das denn hier sein? Kommt hier jemand Neues? Um welche Thematik handelt es sich? Hier geht es um Erinnerungen. Wirklich. Das ist jemand, mit dem hattest du schon was zu tun. Für einige kann es sogar auch heißen, ihr kennt euch schon aus dem Sandkasten, ihr kennt euch schon eine Weile. Aber jemand erinnert sich hier an dich. Jemand kann dich auch nicht vergessen. Jemand denkt hier an dich. Das ist jemand aus der Vergangenheit. Jemand denkt an dich. Und denkt halt eben wirklich dran, wie komme ich hier nochmal an dich ran? Wie komme ich hier an dich ran? Nochmal. Was machen wir mit unserem Talent? So kriege ich das rein. Die hohe Priesterin. Es könnte dir schon deine Intuition sagen, dass sich hier vielleicht jemand wieder melden wird oder du hast so ein Feingespür, auch wenn du hier mit jemandem gar nicht mehr weiter was zu tun haben wollen würdest, ist ja trotzdem eine innere Stimme in dir, die trotzdem irgendwie noch so ein bisschen fühlt oder spürt, ob es das jetzt wirklich gewesen war. Ja, so nehme ich das auch wahr. Ja, also irgendwie auch so ein bisschen ein Gefühl des Verständnisses. Dein König, deine Königin fängt an, dich so ein bisschen zu verstehen. Ja, also die hohe Priesterin steht auch für Geduld, für Verständnis, für Feingespür. Während man sich an dich zurückerinnert oder eben wirklich an dich denkt. Dass du irgendetwas brauchst, was dich hier noch halten soll. Ja, wie gesagt, irgendwie habe ich ja hier auch schon gehabt, dass du nicht so richtig weißt, was will der hier überhaupt von mir, was soll das ganze Verhalten hier eigentlich. Man denkt an deine Hingabe. Man denkt daran, wie du immer wieder versucht hast, ihm oder ihr zu helfen. Wie du versucht hast, aus Scheiße Gold zu machen, damit es in seinem, ihrem Leben läuft. die Dinge positiv zu sehen. Oder wenn er oder sie Ängste hatte, du versucht hast, ihm darin etwas aufzuzeigen, was nützlich für dich ist, was nützlich für ihn, für sie ist, was greifbar für ihn oder sie wäre. Ja, was ist Tirlosi? Man denkt auf jeden Fall an dich. Man spürt, man hat ein Verständnis für dich. Man bekommt immer mehr ein Verständnis für dich. Und hier haben wir einmal den freien Fall ins Wunderland und wir haben hier die Parkbank. Ja, das ist auch wieder etwas, wo hier jemand sich auch so sagt, das, was ihr hier macht, das ist jenseits der Logik. Also irgendwie redet ihr auch aneinander oder habt aneinander vorbeigeredet. Man begreift das auch gerade gar nicht so richtig, was das alles so hier noch soll zwischen euch. Weil auf der einen Seite wirst du gerade so ein bisschen zurückerinnert, um in dir das nochmal durchzuspüren, was du mit ihm oder ihr hattest, was dich enttäuscht hat. Und auf der anderen Seite erinnert er oder sie oder denkt er oder sie auch immer an dich. Obwohl ihr hier gerade vielleicht gar keinen Kontakt habt. Und eine innere Stimme weiß irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, es ist trotzdem so ein gewisses Verständnis füreinander noch da. Es ist eine Pause. Und dein König, deine Königin fühlt sich auch so ein bisschen krank. Man kränkelt hier. Aber was man eben immer weiß, wenn man mit dir zusammen war, hat man Raum und Zeit vergessen. Und die Zeit, die verging immer so richtig schnell. Jemand denkt an dich. Jemand will dir was Ehrliches bieten, weil man dich immer mehr versteht, versteht, was du versuchst, ihm oder ihr oder was du versucht hast, hier jemanden rüberzubringen. Aber irgendwie weiß man selber noch nicht so richtig, wie und was. Etwas erscheint einen auch selbst als rätselhaft mit dir. Irgendwie geht hier alles so ein bisschen an euch aneinander vorbei. Aber man denkt hier an dich. Was hat denn hier jemand auf der Emotions-Ebene? Was empfindet man vielleicht auch für dich? Gibt es irgendwelche Gefühle? Wir haben den Hierophanten und wir haben die Zehn der Schwerter. Das, was bei ihm, bei ihr gerade im unterbewussten Losi ist, ist ähnlich wie bei dir. Auch er darf hier nochmal genau auf diesen Schmerz schauen, auf dieses schmerzliche Ende zwischen euch. Ja. Und jemand spürt. Weißt du, der Hierophant steht ja immer für etwas, wo man nach den Sinnen sucht. Und hier strauchelt man auch so rum. Man weiß, man muss immer an dich denken. Man kann dich nicht vergessen. Und du bist gerade dabei, jemanden wirklich loszulassen und willst da jetzt auch nicht weiter Kontakt haben. Aber auch, wie eben beschrieben, kommt bei dir eine Energie, wo du auch da nochmal hingeführt wirst, genau in die Thematik reinzuspüren. Der Hierophant steht für jemanden in der Liebe, der gern die Hosen anhat. Und es kann sein, dass du genau das unterbrochen hast und wirklich abrupt beendet hast und abrupt beenden wolltest, weil du keine Lust mehr hast, hier immer nur als Lückenbüßer dazustehen, die zweite Wahl zu sein, wenn er oder sie glaubt, mal Zeit zu haben. Man spürt gerade dieses schmerzliche Ende. Man spürt gerade nicht mehr zwingend deine Energie. Und man weiß auch, dass es hier vorbei sein könnte mit von wegen gegenseitigem Vertrauen. Ich habe auch, dass einige Angst spüren, jetzt kommt die Scheidung, jetzt kommt die Trennung. Weil der Hierophant steht für eine Hochzeit, aber ein schmerzliches Ende ist hier eine Scheidung, die kommen könnte. Jemand denkt, dass man dich jetzt wirklich verloren hat, dass es das jetzt wirklich war. Und durch diese Lücke, die hier gerade wirklich entsteht, durch einen gewissen Kontaktabbruch, erhält man immer mehr Verständnis für dich. ihm oder ihr gegenüber. Man fängt aber an, auch ein bisschen zu kränkeln. Man weiß nicht so richtig, wie man das hier weitermachen soll. Aber was man spürt ist, das ist jetzt irgendwie erst mal durch hier, das Thema. Ich habe den Engel der Verkündung. Ich lege immer noch auf diese Trennung, auf dieses abrupte Ende. Wir haben den Geldregen und wir haben den Kamin. Jemand möchte dir aber trotzdem noch etwas sagen. Ich muss es wirklich so sagen, weil ich hatte auch zum Anfang hier, es kann sein, dass hier jemand aber trotzdem noch mal kommt. Weil ich habe ja den Engel der Verkündung. Und hier geht es darum, eine wichtige Ankündigung zu machen, etwas erfahren, etwas herausposaunen oder sich hier erklären. Und das hat etwas mit einer Selbstständigkeit vielleicht auch zu tun, mit einer beruflichen, finanziellen Situation. aber gleichzeitig auch, wo es um Romantik geht und Geborgenheit. Einen kleinen Augenblick bitte. Die wichtige Ankündigung. Es ist, dir möchte jemand gerne noch etwas sagen, wenn es um Geld geht um finanzielle Angelegenheiten, aber auch ein romantischer Aspekt ist hier zu sehen. Vielleicht auch, dass man dir wieder romantische Avancen machen möchte. Dieser Terminkalender, der hier immer voll war, hat irgendetwas mit beruflichen Angelegenheiten zu tun. Du könntest es anders auffassen, aber ich nehme so wahr, man möchte dich nicht verlieren. Jemand möchte dich nicht verlieren. Was ist hier auf die Romantik zu legen und auf die Geborgenheit? jemand spürt, dass man dir etwas sagen sollte, dass man dir sagen sollte, warum man nie wirklich Zeit hatte. Das Gericht, eine Entscheidung für Mühe und Arbeit, die man hier investiert hat in eine Angelegenheit. Aber es ist auch, dass man dir sagen wollte, du hast es nie gemerkt, dass ich versucht habe, dir eine romantische Zeit zu oder dir zu zeigen, dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Das kriege ich auch so rein. Ich hatte Mühe und Arbeit, dir zu zeigen, dass ich dich liebe und gleichzeitig aber auch Mühe und Arbeit mit meiner Selbstständigkeit hier. Seine Gedanken, kleinen Augenblick bitte. Ja, seine Gedanken haben wir hier an der Veränderung. Wie kann ich dich hier nochmal zurückholen? Jemand möchte dich nicht verlieren. Jemand hat Zeit investiert, was es eben mit Arbeit zu tun hat. Das haben wir schon die ganze Zeit hier. Finanzen und Karriere, berufliches Terminkalender ist hier voll. Man ist aber auch der Meinung, dass man dir irgendwie mühselig immer wieder versucht hat zu erklären, wie wichtig du ja doch in seinem, ihrem Leben bist. Das ist das, was man dir auch sagen wollen würde. Jemand möchte dich nicht verlieren. Wir haben einmal die falsche Person. Wir haben die Rechtsprechung. Die trüben Gedanken. Das große Glück. Und die Hauptperson. Man weiß ganz genau, dass du deine Meinung über ihn, über sie geändert hast. Erst war dieser Mensch hier auch wieder in dieser Legung. Großes Glück. Man weiß das, dass du in jemandem dein großes Glück gesehen hast. Du könntest gesagt haben, du machst mich glücklich. Wenn ich mit dir zusammen bin, bin ich immer glücklich. Aber dann fielen die Gedanken immer negativer aus. Und du hast dich dafür entschieden und ein Urteil gebildet, dass er oder sie falsch ist. Eben, weil man nie Zeit hat. Weil man das so aussehen lässt, wenn ich Zeit habe, melde ich mich. Du bist die zweite Wahl. Du hast immer mehr das Gefühl bekommen, hey, ich bin hier unschuldig für dessen Verhalten. Und deine Wut hat sich immer mehr angestaut. Dabei ist die Situation hier ganz anders. Und die möchte hier jemand wieder klarstellen. Und man denkt auch wirklich daran, eine Veränderung hier mit dir nochmal einzubringen. Weil man aber auch spürt, du bist, man ist hier irgendwie weg. Also hier sind wir immer noch in diesem Zyklus von Trennung, Enttäuschung. Aber ich sehe, jemand denkt immer wieder an dich. Jemand erhält auch ein Verständnis für sein, ihr Verhalten, aber auch für dein Verhalten. Man weiß noch nicht so richtig, wohin. Man weiß nur, man möchte Veränderung. Man möchte dich nicht verlieren. Und man spürt aber auch, dass du auch hier in dieser Legung ihm oder sie schwer vertrauen kannst oder du auch keinen Bock mehr darauf hast, dass hier jemand immer meint, den Ton angeben zu müssen. Wenn dann Gleichberechtigung, Gleichbehandlung. Und so wird hier mal ganz schnell aus dem scheinbaren großen Glück für dich eher mehr trübe Gedanken, was diese Person betrifft und ein Urteil, was du fällst, der oder die ist falsch mir gegenüber. So. Jetzt ist es aber so, jemand wird dir hier was sagen, jemand wird sich hier nochmal melden wollen. Was wirst du dann hier tun? Was habe ich denn dann hier in deine Richtung? Ja, du hast die Einstellung, du glaubst, er oder sie macht Lippenbekenntnisse. Das sind Lippenbekenntnisse, die er oder sie hier machen wird. Und wir haben hier den Status Quo. Du glaubtest, in seine Richtung zu gehen, aber hier ist es so, dass du gefühlt auf einen anderen Weg wieder zurückgeführt wirst. Und die Acht der Kelche. Eine Situation zu verlassen, auch wenn sie dir nicht einfach fällt. auch hier habe ich das Gefühl, es steht hier schlecht für die Chancen eines jenen, der dir da wirklich eine mega Enttäuschung gegeben hat. Es ist wirklich so, der Gehengte steht eben dafür, ja, ich bin bis hierher diesen Weg gegangen, aber ich habe jetzt die Einsicht, ich sollte diesen Weg wieder zurückgehen und nicht weiter nach vorne schauen mit diesen Menschen in Bezug auf ein Ende, wieder einmal. ein wehleidiges Ende. Das ist etwas, das fällt dir hier nicht leicht. Aber du bist auf der Suche nach den zwei der Kelchen, einer wahren Begegnung. Und hier hast du das Gefühl, das ist alles nicht wahr. Ich gehe wieder zurück. So kriege ich das rein. Ich gehe wieder zurück. Es sind Lippenbekenntnisse. Ein wehleidiger Abschied. Wow. Ja, so auf die Art, ich gehe wieder dorthin, von wo ich herkam. Ich gehe wieder zu meiner Basis zurück. Wir haben hier Nick, der Beschützer, den Joker, der sture Esel und die Massage. Ich gehe wieder kurz rein. Es ist jemand in deinem Umfeld, der oder die dich wirklich beschützt und der dich auch versünden wird, von dieser Person, von der du dir ein Urteil gebildet hast, dich davor zu beschützen. Einen Zweck heiligt die Mitte. Du hast einen Joker, einen Ass im Ärmel. Und das ist jemand, der alle Schuld auf sich nehmen wird, der sich dir aber in den Weg stellt, während du wieder zurückgehen möchtest. Also ist das doch dieser Typ hier noch oder diese Kirsche, während du dir denkst, ich gehe wieder zurück. Das sind Lippenbekenntnisse. Aber hier stellt sich dir jemand in den Weg und ist bereit, alle Schuld auf sich zu nehmen. Das ist ein Trumpf, den du in der Hand hältst. Und das hat etwas damit zu tun, weil du jemanden darauf hingewiesen hast, dass man faul ist und nie seinen Arsch in deine Richtung wirklich bewegt. Und das möchte man jetzt hier verbessern und dir beweisen, dass man sich jetzt hier anstrengen möchte für dich. Wow, das ist ja echt interessant. Und dann haben wir das große Erstaunen. Das wirst du nicht glauben können hier noch. Wie gesagt, also wir haben ja hier den Engel der Verkündung mit Romantik auch, Geborgenheit. Jemand möchte dir hier noch etwas auf eine romantische Weise sagen und letztendlich löst das alle Krämpfe und alle Spannungen zwischen euch. Du bist felsenfest sicher, dass dieser Mensch dir sonst was erzählt und dass du nichts mehr glauben kannst. Und du bist felsenfest sicher, bis hierher bin ich gegangen, aber jetzt gehe ich wieder zurück von dahin, wo ich herkam. Und dieses Ende, ihn zu verlassen, sie zu verlassen, ist für dich nicht einfach. Aber du weißt für dich, du musst es einfach tun. Aber jemand möchte die Schuld auf sich nehmen. Jemand möchte dich von etwas abhalten. Jemand möchte sich dir wirklich in den Weg stellen, während du ja wieder zurückgehen möchtest. Und man möchte jetzt für das Richtige ein Opfer bringen. Und das Richtige bist hier du für ihn beziehungsweise für sie. Und das bringt großes Erstaunen, weil ja gefühlt jemand für dich ein sturer Esel ist, aber genau diese Sturheit aufgibt und diesen Streit mit dir bekämpfen will und diesen Stress mit dir loslassen will im Sinne von jemand lässt dich nicht gehen. Das kriege ich hier die ganze Zeit auch rein. Jemand will dich nicht gehen lassen und du bist hier irgendwie am Gehen. Das ist alles so logisch für dich und du willst ja auch nicht mehr wirklich was wissen, aber hier ist ein Ass im Ärmel. Und das ist, dass man sich dir jetzt in diesen Weg stellt und es ist so wie halt, stopp, alles bleibt, wie es ist. Und jetzt erst mal hier Enge der Verkündung. Ich habe dir noch was zu sagen und dann kannst du überlegen, ob du wirklich gehen willst. Wow. Und irgendwas auch so ein bisschen romantischer Natur. Was ist denn hier romantischer Natur? Die Antwort lautet Ja. Ein Ja zu dir. Ein Ja für dich. Das gibt es doch nicht. Wie sollte es anders sein? Schon wieder das Wunder. Großes Erstaunen. Ein Wunder. Nochmal versuchen, das Ruder rumzureißen in deine Richtung. Ja, guck mal. Jesus, dein Hilferuf wird hier erhört. Aber es könnte sein, dass das was mit einer Zwillingsflamme zu tun hat. Vielleicht seid ihr euch auf einer gewissen Art und Weise ja doch ähnlicher, als ihr denkt. aber dein Gebet wird erhört werden. Ja. Ein Neuanfang will man mit dir. So, meine Lieben, ich lasse das so stehen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet. Werd auch du Königin beziehungsweise König. Klick auf die Glocke, dann auf alles und so erhältst du immer eine Message, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich hab euch lieb. Tschaui.